So, hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge Captive Minecraft 2 mit den Buddies. Hallo! Und wir haben letztes Mal echt viel geschafft. Das müsst ihr auf jeden Fall in der Folge von denen auschecken. Wir haben Dias und alles Mögliche. Hier ist alles in der Kiste da drüben. Und ich hab grad Hauptmanns Zeug, weil der ist gestorben. Benni ist auch gestorben gerade noch. Und jetzt bin ich hier komplett allein auf mich selbst gestellt. Und ich versuche jetzt irgendwie hier hochzukommen dann. Beziehungsweise ich warte gerade noch auf Benni, weil der kommt jetzt gleich wieder mit Zeug. Genau. Ich glaube ich spleef den Creeper hier mal. Das soll klappen. Oh Gott, jetzt hast ihr... Oh, oh, nicht der mit Dias? Alles gut, alles gut. Kein Ding. Ich hab die nicht mit. Ich hab die sichergestellt in der Kiste. Alles bestens. Aber das Gute ist jetzt, dass wirklich jetzt mal was vorangeht. Und dass wir nicht mehr den Kampf führen müssen gegen die ganzen Zombies da unten. Das wäre echt ekelhaft. Wir müssen das trotzdem irgendwie noch schaffen, dass wir an denen vorbeikommen, weil das ist so ekelhaft, wenn die da immer sind. Ja. So, ist hier noch irgendwo eine Kiste? Ich sehe erstmal nichts zumindest. Gut, da oben war der Weg noch ganz hoch. Wir haben kein Holz mehr. Gar keins? Ich hab drei Stück mit auf jeden Fall. Okay. Warte, ist das Wasser noch unten? Oh, ich weiß... Ja, das Wasser ist noch da. Ich sehe ein Holz, ein Jungle Wood. Wenn wir noch ein Achievement bekommen, dann können wir das abbauen auf jeden Fall. Äh, Benni, machst du dann die Deer Pickaxe? Ja, kann ich machen. Ja, knapp. Okay. Ähm, das ist in der Kiste da drüben, wie gesagt. Na, da kommst du eh hin, der Weg steht. Ja. Dann versuche ich so lange den Weg nach oben zu graben. Irgendwie. Auf jeden Fall einen sicheren Weg. Ja, was wir bisher bisher haben, ist noch nicht ganz so sicher. Wir brauchen auf jeden Fall auch mehr Lianen. Wie gesagt, dann können wir uns so einen sicheren Weg von der Leiter aus überall hinbauen. Und dann kommen wir eh wieder hoch. Egal wo wir sind. So, ich craft jetzt die Deer Pickaxe. Jo, mach das. Du stirb nicht. Ne. So, Deerspitzsacke habe ich. Oh, so, bin wieder unten bei euch. Super. So. Dann jetzt hier irgendwo hoch. Ich glaube nicht, ich habe die Spitzsacke in die Kiste gepackt, falls du die haben willst. Welche Kiste? Ähm, die hier. Bist du dir gegenüber? Ja. Alles ein bisschen Suizid gebaut. Ja, ein bisschen. Wir werden es schon überleben, ne? Ich baue Obsidian fürs Portal. Ja. Gönn dir. Oh, perfekt. Hier ist der Gang. Ich baue einfach eine Wendeltreppe rund um den Gang nach oben, ne? Rollend. Ja. Am besten irgendwie abgesichert. Ja, so halbwegs. Oh Gott, was schießt da schon wieder auf mich? Ich schwöre, mich snipet auch gerade ein Skelett. Oh, die Wendeltreppe ist mehr. Ganz sicher ist die nicht. Wendeltreppe, ja. Wendeltreppe, oder? Einfach nur Push an Bauer. Jetzt habe ich die Liana abgebaut. Aber ich glaube, man kommt trotzdem noch runter. Egal. Ey, müssen die Skelette eigentlich eine Aim-Bot haben? Das ist ja unglaublich. Das Nap-Shot ist echt heftig, ne? Treffen jeden Schuss. Oh Gott, Alter. Mich hat gerade fast Sand getötet. Was? Ja, da ist Sand auf mich runtergefallen, als ich mich hochgebaut habe. Und der hat mich gerade fast in das Loch gestoßen. Oh. Warte, wir brauchen auch einen Enchantment-Table auf jeden Fall. Wie viel braucht man da? Ich glaube, 4 Obsidianen, oder? Boah. Keine Ahnung. Ich denke, ja. 14 Obsidianen brauche ich insgesamt. Ja, 4 braucht man. Stimmt, ja. Es sind 2 Achievements dann. Neto-Portal und den Enchantment-Table. Das ist nice. Aber für den Enchantment-Table brauchen wir natürlich erstmal wieder ein Zuckerrohr. Na ja. GG. Wir können auch eine Menge Gold abbauen und einen Nudge-Apple machen, ne? Ja. Ich glaube, wie viel brauchen wir? 64 Gold? 64. Ne, warte. Ne mehr. Doch, doch, ne. 72. Ne, 72. Stimmt. Ich bin jetzt gleich schon wieder oben, ne? Ja, perfekt. Ich habe den Weg noch ein kleines bisschen verbessert. Okay. Also ein bisschen sicherer gemacht, sag ich mal. Aber wir haben eh noch die Deer-Pickaxe. Stimmt. Ich muss nur noch irgendwie versuchen, dass ich hier dann safe oben ankomme, weil meine Pickaxe ist gleich kaputt. Okay. Woher brauchen wir die Emeralds eigentlich? Ich warte, wir kriegen nachher Villager oder sowas. Vielleicht ist im Nethe einer. Oder durch das Monument. Ja, das stimmt. Ich glaube aber, dass der Nethe richtiger Abfuck wird. Ich glaube, wir werden dann noch öfter sterben. Das kann echt sein, ja. Wenn der genauso gemein gebaut ist, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall können wir dann, wenn wir ins Nethe gehen und das neue Achievement freischalten und noch eine Deer abbauen. Stimmt, ja. Und unter dem Sand, wie gesagt, sind auch noch welche. Und ich glaube, eigentlich brauchen wir da unten sonst fast gar nichts mehr, oder? Äh, die Kokobien. Wahrscheinlich noch. Also für die... Das kann ich ja mitnehmen. Das Zeug kann ich ja jetzt mitnehmen, oder? Aber für was brauchen die wirklich? Äh, Farbe. Braune Farbe. Braune Farbe. Stimmt. Stimmt. Da brauchen wir noch ein Achievement, dann haben wir die. Äh, Benni, gehst du grad schon hoch? Ja. Soll ich was mitmachen? Äh, ne. Aber du musst aufpassen, weil ich hab den Weg noch nicht ganz fertig gebaut. Okay, ja. Also wenn du da oben bei dem Loch rauskommst, wo wir vorher mal reingesprungen sind, dann warten da wahrscheinlich Mobs auf dich. Warte mal. Achso. Jetzt hast du die Treppe abgebaut. Okay, das hab ich nicht gesehen. Soll ich das ganze Zeug jetzt mitnehmen von der Kiste? Ähm, ich würd das erstmal sicher stellen, vielleicht den Weg hier und dann... Okay. Ja, lass erst den Weg machen. Nicht, dass da jetzt wieder 10 Creeper von uns stürmen und wir gehen da drauf. Das wär nicht so geil. Ich hab jetzt keine Pickaxe mehr, aber ich geb mein Bestes. Ich kann dir meine Dia-Spitzsacke geben, ich geh jetzt nach oben. So, warte. Hier kommen Mobs rein, die müssen irgendwie los werden. So. Okay. Und wenn der Zombie noch stirbt, dann kommen wir hier vorbei, denk ich. Achtung, da ist ein Loch ab, ne? Oh Gott. So. Ach, geht's da weit nach oben? Ja, geht's oben. Hallo. Ich baue das hier noch halbwegs safe und dann kommen wir hoch. So, ich glaub das geht. So, wenn wir hier jetzt irgendwie... Direkt wieder Skelette außerhalb des Borders vom Schießen. Guck, warte, wenn wir hier jetzt irgendwie hochkommen... Warte, ich hab ne Pickaxe. Ja, super. So, pass auf, hier sind wir nämlich reingekommen, wenn du jetzt noch die über mir abbaust. Da hinter uns ein Skelett. Töte das! Oh Gott. Ah! Warte. Ich hab's, ich hab's, es ist da oben. Halbes Herz, easy. Oh! So, und da oben. Dann sind wir gleich da. Pass aber auf die Skelette auf. Lass mich mal vorgehen. Obwohl, warte, ich werde sowieso... Ich werde direkt tot umfallen, wenn mich einer abschießt. Oh Gott! Da warten welche. Warte, ich hab den Bogen, ich hab den Bogen, ich hab den Bogen, ich hab den Bogen. Okay. YOLO! Ist runtergefallen? Ich bin oben! Okay. Creeper, Mann! Nein! Nein! Explodiert nicht! Ich wurde abgeschossen, gerade wo ich in Sicherheit gehen wollte. Aber ihr habt's geschafft, ne? Ja! Ich hab die Dias, ja! Nice! Also nicht die Dias, die Spitzsäcke und Obsidian. Das ist sehr schön. Wo bauen wir das Portal hin? Ich würd's einfach irgendwo oben hin machen, nicht dass wir da runter müssen, glaub ich. Ja! Obsidian hast du schon alles? 14 Stück? Ja, 14 Stück hab ich. Super. Wir brauchen noch das Zuckerrohr, können wir da schon hin? Nee, oder? Nee, 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 leider nicht. Verdammt. Aber bald, denk ich, ne? Ja. Ich würd's sagen, wir gönnen uns jetzt einfach gemeinsam gleich ins Net rein, oder? Ja, das würd ich auf jeden Fall machen. Weil wenn wir mal im Netzer sind, haben wir wieder Achievements. Oh, nee. Nee, 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 nee. Dann könnten wir uns das Zuckerrohr wahrscheinlich holen und, äh, noch mehr. Nein. So ist dir noch irgendwas runtergefallen? Der Bogen muss hier noch irgendwo liegen. Egal, scheiß drauf. Bogen ist ja nix wert. So, du kannst jetzt hochlaufen. Aber hast du mein Gold? Hast du mein Gold? Oder liegt das unten? Nee, ich hab das alles unten gelassen, bis auf die Spitzhacke. Nee, ich mein, ich hab Gold noch eingesammelt. Das brauch ich unbedingt. Warte. Ich hol mir das kurz. Das ist nämlich wertvoll. Was schießt denn da? Er läuft von außerhalb. Als ob. Ey, Mann, diese Viecher. Hattest du noch Zeug mit, Nena? Nur Stein und Spitzhacke, also nix besonderes. Okay, ich glaube es ist gestorben. Ja, es ist gestorben. I'm back. Haben wir noch ne Kiste hier oben? Jetzt hol ich mir das Gold. Hab ich's? Ich hab's noch nicht. Wo ist es? Wo ist das Gold? Ah, Penny, du hast es wahrscheinlich eingesammelt, wie du runtergefallen bist, glaube ich. Nee, ich glaube ich hab das nicht. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Es liegt nicht hier. Es liegt nicht hier. Warte, ich komm mit. Es muss irgendwo da sein. Wir brauchen das. Oh Gott, ich werde zu sterben. Ich bin tot. Oh. Es war hier aber nicht. Ich hab's nicht gesehen. Aber wir können hier noch genug abbauen. So wichtig ist es auch nicht. Wollen wir gleich ins Portal rein? Ich kann es machen jetzt. Ja? Dann lass das mal machen. Ja. Ne gute Idee. Machen wir es hier unten, oder? Ja, mach's einfach irgendwo, wo es auf jeden Fall in der Nähe ist. Ähm, wir haben vielleicht auch einen Platz für ein neues Monument freigeschalten, ne? Was wir eventuell noch brauchen würden. Ja. Warte, ich guck mal kurz. Magenta. Das hatten wir schon, ne? Das hier hinten hatten wir aber noch nicht. Pink. Können wir pink machen? Ne, ne, ne. Brown. Ja, da brauchen wir die Dings von unten. Die Kokobinen. Wolltend. Und hier kommen wir noch nicht rein. Okay. Mach einfach hier das Portal. Green. Jo, perfekt. Ey, die Skelette sind zu stark. Das ist krass, ne? Ab geht's in den Nater, oder? Ja. Let's go. Warte, ich hatte ein Feuerzeug eigentlich. Ich nehm mal ne Angel mit. Warte, da. Könnt ihr? Du darfst es anmachen. Yeah, das Aufnahmerecht. Oh. Und rein da. Und rein da. Ich nehm ne Angel mit, dann kann ich direkt irgendwelche Viecher runterangeln, falls sie uns angreifen. Wir werden so sterben. We need to go deeper. Oh Gott. Long. Oh, was? Wo bist du? Hä? Ich bin einfach auf dem Bedrock gespawnt. Was? Was? Äh. 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 Alles klar. Warte, sind wir... Sind wir außerhalb der Border, Benni? Ich weiß nicht. Hier parkt es auf jeden Fall rum. Ich glaube, das ist ein Park. Ich spring mal da rüber. Ist der Nater aktiviert überhaupt? Ja, der ist aktiviert. Wir sind im Nater. Aber habt ihr den Nater auch runtergeladen? Ja, ja, ja. Ist alles dabei eigentlich. Hm. Wir sind einfach... Aber ich kann hier keine Blöcke abbauen. Wir sind außerhalb des Portals. Guck mal, guck mal. Siehst du das da unten? Da unten ist ein Portal. Ja, ich glaube, das ist das eigentliche Portal, wo wir hin sollen. Aber hier ist gar keine Border. Das stimmt. Aber du kannst versuchen, mal rund ums Portal zu laufen. Das funktioniert nicht. Ja, stimmt. Das geht wirklich nicht. Das geht wirklich nicht. Warte, ich probier mal da rüber springen. YOLO! LOL! What the fuck? Ist auf jeden Fall noch verpackt der Nater, würde ich sagen. Funktioniert blendend. Müssen wir auf jeden Fall noch... Müssen wir auf jeden Fall noch fixen. Was wir im Nater auf jeden Fall machen müssen, ist ein Gas zu töten. Mit seinen eigenen Waffen. Also zurückschießen. Und natürlich eine Lohe holen. Das wird ein Spaß. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Aber so wird das glaube ich nix. Was wir noch machen müssen... Warte, können wir das eigentlich machen? Mit den Schienen im Kreis fahren? Haben wir auch viele. Das geht. Das geht mit den Schienen im Kreis fahren glaube ich. Das können wir machen. Aber was wir jetzt gucken. Wir haben ja das Nater Achievement. Jetzt können wir wahrscheinlich die Koko-Bienen unten abbauen. Ja stimmt. Und ein Tier. Nehmt eine Spitze. Geh mit, wo ich sieh. Ich springe hier einfach mal runter. Und nehme mir von unten noch was mit. Natürlich wartet ihr direkt ein Creeper als Obhalter. Wo? Hattet ihr eine Waffe? Ne. Oh Gott. Wo ist denn die Spitzhacke hin? Die Spitzhacke? Benni hatte die. Ne. Ich hatte die nicht. Hast du die hier unten in die Kiste getan? Ich hab sie. Ich hab sie. Rot. Warte. Die fließt Wasser runter. Brauchen wir noch irgendwas? Ich glaube nicht. Sind die schon ganz unten? Ne. Noch nicht. Ich guck gerade noch ob wir irgendwas noch brauchen können. Ich glaube so langsam wird es vielleicht sogar Sinn machen, dass wir uns Rüstium craften. Ja. Weil jetzt überleben wir ja zumindest mal. Hoffentlich. Hoffentlich. Wo war der Weg nochmal? Hier drüben. Ich glaube hier hinten. Hier rüber? Und dann da hinten. Ja stimmt. Und dann da hinunter einfach. So. Oh Gott Creeper. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Teil vom Weg ist wieder weg. Oh Gott. Das ist so lächerlich alles. Ich hasse mein Leben. Ey Mann. Oh Gott. 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 Also der Weg da unten, der könnte noch ein bisschen besser sein. Nein. Ach Quatsch. Der ist doch total safe. Warte wo ist jetzt die? Ah da. Da hinten. Okay dann hole ich denn die. Hier. Die 2% Überlebenschance ist gar nicht so schlecht. So drei Coco Beans. Sollten wir die anpflanzen? Wir sollten die schon anpflanzen. Wir haben Pre-Bone Milag. Wir können die doch eh schnell wachsen. Funktioniert das? Jaja. Müsste schon. Soll ich geh erstmal hoch? Okay sauber. Okay ich hab den einen hier noch. Super. Ey guck unter dem Sand noch auf der anderen Seite. Dieser rote Sand. Ja. Aber da haben wir noch nicht genug. Da komm ich noch nicht hin. Ah okay. Schade. Weil da war auf jeden Fall auch einer. Weil da sind Creeper explodiert und dann hab ich das gesehen. Ah. Ich sehs. Okay. Wenn ich jetzt hochkomme. Dann siehts schon mal gut aus. Weil dann haben wir wieder ein Monument. Das können wir dann noch schaffen die Folge. Wenn du hochkommst. Wenn ich hochkomme. Ja. Ist einfach ein Enderman mitten auf unserem Weg. Und eine Hexe. Ja. GG. Die wirft doch noch Tränke. Juckt die gar nicht. Ich bin vergiftet. Mit einer Dierspitzhackmann. Bau dich ein. Ich bin so tot. Bau dich ein. Wollt stirb. Ja nicht. Oh Gott. Was soll ich machen? Ich hab ein halbes Herz. Ich rack nicht mehr. Gar nichts. Was? Was? Wird der Kuckoo Beans gestorben. Was? Aber nicht ganz unten. Man kanns noch retten. Okay. Komm schnell nach unten. Oh Gott. Alter. Ich bin direkt unter unserer Treppe gestorben. Alter. So ein Scheiß. Wieso sind hier oben jetzt schon wieder so viele Mobs? Die kommen hier die ganze Zeit wieder. Die sind direkt beim Wasser. Weil da nichts ausgeleuchtet ist. Aber da war ausgeleuchtet. Da ist wieder irgendwas explodiert. Das war scheiß. Ja. Blöder Zombie. Komm. Komm mal mit Benni. Schau. Ich hab keine Spitzhacke. Gib mir Blöcke. Gib mir Blöcke. Nur Blöcke. Dann kann ich vielleicht meine Kuckoo Beans schon mal holen. Oh Gott. Kommt gleich wieder ein Zombie von oben. Ist nur auf dich fokussiert. Was ist da los? Da kommt alles. Da kommt alles. Da kommt mir aus alles. Ich bin so tot. Alter. Ich hab die Kuckoo Beans. Ich hab mich eingebaut. Oh. Ich hab die Kuckoo Beans. Ich hab mich eingebaut. Aber wir brauchen das Jungle Lock auch noch. Irgendwie müssen wir jetzt helfen kommen. Ja. Ich hab gar nichts. Ich komm grad nach unten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wie hier alles liegt. Ja. Nein. Hilf mir. Schnell komm runter zur Treppe. Ihr braucht irgendeine Waffe oder sowas. Das sind drei Zombies. Das sind Skeletze. Ich bin hier oben. Siehst du meinen Namen? Warte. Ich hol mir eine Tierspitzhacke. Jetzt muss irgendwie nur das Skelett wegkommen. Wenn das Skelett weg ist, kann ich hoch. Ich glaub es ist weg. Ich muss nur die Kuckoo Beans in Sicherheit bringen. Dann kann ich das Jungle Lock auch noch holen. Oh Gott. Ey. Wir müssen das retten. Wir müssen das retten. Wir können die nicht anbauen ohne Jungle Lock. Ist auch das Problem. Oh Gott. Jetzt sind auch noch Zombies. Als ob. Okay. Hier hoch. Nein. Als ob. Geh weg, Zombie. Geh weg. Verpiss dich einfach. Oh Gott. Nein. Böses Skelett. Skelett, geh weg, Mann. Okay. Ich bin gleich oben. Ja, ich bin gleich oben. Ich schaff's. Ich schaff's. Nein. Triff mich nicht. Kuckoo Beans in Sicherheit bringen. Ja, nice. Komm. Bendy bring mich schnell um. Schlag mich dreimal. Ja. Dann bin ich respawn, dann bin ich die. Genau. Nice. Perfekt. Wir müssen noch das Jungle Lock retten. Das liegt auch noch da unten rum. Ja, und die Dierspitzecke. Ja, ich hab die. Ich komm nach oben. Okay. Hast du die? Nice. Wo ist Jungle Lock? Gott. Wie viele hier einfach sind. Oh Gott, ich komm nicht mehr runter, weil ihr alles eingebaut habt. Was? Was haben wir eingebaut? Nee, warte, hier kommt man runter. Alles klar. Nein, der Weg beim Wasser. Das ist ein Creeper. Das sind zwei Creeper. Oh Gott, Mann. Stirb einfach. Stirb. Oh Gott, explodiert wieder alles, Mann. Oh Gott, komm, du bist fast oben. Ich muss den Weg wieder runter. Ich glaube, wenn wir das Jungle Lock nicht kriegen, ist auch nicht so schlimm. Hoffen wir es. Siehst du es? Es liegt da unten. Wo? Da. Ich spring jetzt noch mal mitten in die Menge rein. Du hattest es? Warte, ich habe es. Es ist mittendrin bei den Zornbild. Ich hab's gesehen. Bendy, nein. Das kriegen wir nie wieder. Ich hol's raus. Niemals, niemals. Niemals. Ich mach das. Niemals. Oh Gott. Bei FPS. Eine Rettungsmission geht sich noch aus. Dann beende ich die Folge wieder. Oh mein Gott. Ich habe drei Herzen. Ich habe die Dia-Spitzhack und alles. Ich möchte eigentlich safe zurück. Wo bist du? Ich bin auf dem Weg nach oben. Ah, ich sehe dich. Okay, gut. Du kannst hier glaube ich gerade vorbei. Ist alles gut. Nur das Jungle Lock liegt da ganz unten in den ganzen Zombies. Warte, wo ist es? Siehst du es? Ich sehe es nicht mehr, ne. Es liegt da unten irgendwo mitten in den Zombies. Okay. Wünsch mir Glück. 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 Komm. Ich habe es. Ja? Bring es irgendwo auf die Seite. Oh Gott. Ich finde es nicht. Ich habe es nicht. Es muss vielleicht mit dem Wasser runter geflossen sein. Als ob man. Oh Gott, das können wir glaube ich vergessen. Das kriegen wir nicht wieder. Warte, ich bring mir das ganze wichtige Zeug nach oben. Okay, aber ich würde die Folge jetzt beenden. Die nächste Folge gibt es dann wieder bei den Buddies. Wie gesagt. Checkt auf jeden Fall vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und ja, eventuell gehen wir dann schon in den Nether. Je nachdem wie es funktioniert. Oder ja. Mal schauen, was wir noch hinkriegen. Genau. Dann würde ich sagen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst eine Bewertung da. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Captive Minecraft. Beim Kanal von den Buddies. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.